So, ist hier irgendwas Interessantes hier, was wir gebrauchen können. Ich kann zwar hier rein. Ich hab ne Idee. Ich hab eine Idee. Vielleicht können wir noch mal was machen aus der Pflanze. Hi. Vielleicht funktioniert das nicht. Wer weiß. Es gibt nix zu ernten. Ne. Nöt. Das hat nicht funktioniert. Nee, ich wollte dich nicht nehmen, tut mir leid. Ähm. Kann ich da hin? Nee. Ich bin jetzt gerade überfragt. Tür ist hier offen. Scheiße. Boah, die Bilder, ne? Alter. Ah. Ich muss da was draufstellen. Komm her. Ich brauch da was. Das Baby. Oh, das ist tot an. Wir nehmen das tot an. Digga. Funktioniert das nicht? Ich nehm das Baby. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Kurz deine Hilfe. Und auch immer, wie ich da jetzt gemacht hab. Und jetzt komm ich immer noch nicht hier raus. Warte mal, Baby. Das ist... Äh, Nude. Komm mal bitte. Möchtest du was testen, ja? gehen wir das nicht, oder? Äh. Äh. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt wieder so, wie ich es wollte, dass er da rumhüpft. Wie, hast du nicht gesehen? Nee. Nee. Ja, danke, ey, bis... Wir brauchen nur was Schweres. Fallkanone? Boah. Alice, ich komme! Spaß. Aber ist die schwer? Nee. Nee. Alice, warum bist du... Alice, warte mal. Ey, ich hab ne Ahnung. Oder? Moment mal. Moment mal. Nee. Er... Können... den Tippschluss. Rein theoretisch... könnte mir ein... Ah, hier so? So kann er hüpfen. Das stimmt. Ich bin ja so dämlich, ne? Ich hoffe, das ist auch richtig so. So... Nein, das ist um Furzen! Was ist das? Digga, du stinkst! Du stinkst! Aber... Moment mal. Wenn ich ein bisschen... Davon nimm... Und... Nee. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Aber... Wenn ich Elvis jetzt hier rein... Ups... Elvis, komm mal her. Das kann ich ja einmal mit dem Flugzeug machen. Miau. Komm mit. Mal reinhören. Digga, ich werd da jetzt alles hin... Nude, komm mal her. Oh, deine Nähe. Ich schneide mir bitte dagegen. Ja, dann danke. Ähm... Ja, aber warte mal. Wenn ich ein Buch jetzt da hin... Hinschmeiß, dann kann das nicht mal zugehen, ne? Oder? Warte mal. Das Baby... Digga, ich hab keine Ahnung, ne? Ja... Beinig. Was passiert, wenn ich... Ja, auf der Wiss kaputt... Ja, um... Ja, um... Jetzt muss ich doch alles wieder richtig gemacht haben, hoff ich mal. Der ist schon wieder grün. Aber mal gucken. Das sieht ziemlich radioaktiv aus. Das war Elvis. Jawoll. Elvis, Elvis. Komm, hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf da rauf, hüpf da rauf, hüpf da rauf. Ich möchte raus. Ja, ich hab keine Ahnung, ne? Elvis. Okay. 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 ... Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es hier irgendwo so einen Hinweis, was ich machen kann? Hä? Ich bin im Kreis gelaufen, ne? Digga! Jetzt passiert mir das nicht nur einmal. Okay. Nude, komm her. Komm her. Komm her. Ich brauche die Rezeptur. Was ist denn damit? Moment. Ich brauche das Ding daraus. Aus diesen blauen Dingen wird jetzt das blaue Getrank gemacht. Und so. Plus dieses rote, was wir hier haben. Irgendwie wird's... Ach, keine Ahnung, man. Äh. Wir brauchen dieses lila ne Dinge Wurms da. Wahrscheinlich. Wir brauchen das nicht. Nur wie machen wir das? Vielleicht... Wir versuchen einfach mal, ne? Wir versuchen es einfach und hoffen, dass es richtig ist. Gut. Jetzt haben wir so einen komischen... Oh, hi, Baby! Fütter das Baby. Boah, Digga, bist du fett geworden! Digga! Und schwer! Äh! Digga! Bist nicht mehr so süß? Alles klar. Ich hole das Getränk nochmal neu. Ja, ja. Alter, war da fett. Habt ihr das gesehen? Oh, Digga! Willst du dich mal arschen? Oh, Digga! Willst du dich mal arschen? Ah, komm, 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 komm. Oh. Hi, Baby. So, was machen wir jetzt, Newt? Den Garten entkunden. Hey, ich hab die Pflanze voll. Newt. Dicker, der spinnt doch hier. Schlag ihn. Das Baby stoppen. Wie soll ich das stoppen, verdammt? Wo ist das Baby? Ayla, du. Jetzt reicht es, Baby. No joke. Wo bist du? Und weil es so schön... Ey. Und Dicker, weil es doch so schön war, kriegst du noch mal eine auf die Fresse. Oder doch nicht. Wo ist das Baby? Hör auf damit. Tschüss. Tschüss. Boah, Junge, das macht mir wahnsinnig. Ja, mir tut's doch genauso wie Newt. Boah. Bum. Digga, das Baby, ne? Ey, Alter. Fuck mich nicht ab. Walla ist schwer, ne? Auf mit der Kacke. Oh, und feiern. Und. Noch einer hinterher. Komm, feiern. Boom. Und. Boom. Was gefällt denen auch noch? Nut, ich hab das Baby. Geh zu der Pflanze. Ja, geh doch zu der Pflanze. Ach so. Dann nimm es. Nimm es. Gut. Ah, warte mal. Ja. Stimmt. So. Elvis. Mach einen Abgang. Brauchst gar nicht so weinen. Alter. Komm, Nid. Wir arbeiten weiter. Komm. Nut, komm her. Super, Nerd. Boah, Thomas ist fein. Komm schnell. Oh, Digga. Was ist los mit dir? Was? Elvis. Autsch. Digga. Ne, ne? Hol hearts. Auch. Wie. Wie. Hop.